Wolfgang, seine Generation, ich denke mal, das waren wirklich die fetten Jahre, oder? Ihr konntet in Urlaub fahren, es gab Bananen, es gab Milcharschokolade, es gab keine Probleme. Und das muss man ein Stück weit auch verzeihen, dann ist das halt was Besonderes, dass Leute wie du das eher erkannt haben, dass sich hier etwas Totalitäres ankündigt. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Achtung!